Musik 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 Es ist unser Imageball für das Wiener Caféhaus und ein wunderbarer Abend, wo man Künstler, Politiker, Schauspieler trägt, die alle Gäste der Wiener Caféhäuser sind und hier heute mit uns feiern. Das ist besonders wichtig. Musik 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 I mean, I've never seen such a large array of different people, like 5,000 people, so many different dances, so many different foods, so many different drinks and all for us, fantastic, absolutely fantastic, very impressed. Musik Der Kaffeeausfall ist jünger vom Publikum und hat eine sehr große Tradition in Wien und wird immer gerne besucht. Musik Interessant zu sagen, weil es ist ein ganz spezielles Gefühl, in Wien Kaffee zu trinken. Das ist irgendwie, wenn man sitzt im Kaffeehaus und dann genießt man die Atmosphäre und die Leute. Das ist irgendwie eine, das ist eine, wie soll ich sagen, das ist nicht nur der Kaffee selbst, sondern es ist einfach der Genuss in einem Kaffeehaus zu sitzen. Musik 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 Musik